Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario World. Ja, im letzten Part haben wir uns hier hilflos im Weitfall laufen und machen jetzt den Blue Switch Palace. Überfordert! Nein, ich muss erstmal hier den ganzen Münzen wegmachen, was überhaupt nicht lange dauert und so. Warum ich jetzt schon wieder duckt gesprungen bin, weiß ich auch nicht. So. So. Dann drück ich erstmal hier drauf und dann drück ich da drauf. Und dann fallen die alle runter. Und dann kriegen wir richtig schön vier Punkte dafür. Und irgendwo muss noch einer sein. Da ist er. Und da ist noch einer. Noch einer? Wups. Gut. Haben wir dieses Riesel auch gelöst und können jetzt den Blue Switch dahinten betätigen. Und kriege ihn jetzt blaue Blöcke. Wow. Wow. Wahnsinn. Fröhlich ist durch die Weltgeschmeiße, auch wenn rechts die Welt gar nicht weitergeht. Da ist nix, nur Wasser. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um diese Welt. Und da ist Lakitu wieder. Und jetzt werde ich mal gucken, wo hier der Secret Exit ist. Weil ich bin mir echt nicht mehr sicher. Weil ich glaube, wo der Lakitu... 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 Lakiting... Lakitu de Konduku. Genau, schmeiß weg. ...drinne ist. Da ist das tolle Bonus-Level drinne. Und du gehst bitte weg. Dieses schöne... Bonus-Level so von wegen... Hey. Da ist doch kein Yoshi drin. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Komm mal her. Stirb. Wo man da drei Blöcke in der Ritikel reinfügel kaputt machen muss. Glaube ich, dass es da drinne ist. Wir werden das herausfinden, wenn die Wolke noch so lange hält. Schauen wir mal. Na. Schmeiß. Ja, genau. Äh. Das kommt doch nicht an. Moment. Puit. So. Besagt das Bonus-Level hier drin? Nein, hier ist doch der Secret-Exit. Gut, hat sich das auch erledigt. Und wir nutzen den einfach. So. Mein Gott. Nicht ohne großes Drumherum-Gerede. Und dann ist da noch ein Level. Wow. Ist das das Level, was ich denke, dass es das ist? Ja, es ist das Level, was ich denke, dass es mir wirklich wieder total schlecht liegt im Hintergrund. Und ich werde mich hier stumpf draufstellen und einfach warten, bis es vorbei ist. Und mich die ganze Zeit im Kreis drehen. Hui. Und aufpassen, dass ich nicht unterfalle. Mir wird danach sowas von schwindelig sein. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Und den Cooper-Banzer nehme ich einfach mal mit. Eigentlich soll man während dieses Levels immer die Plattform wechseln, damit man alle Yoshi-Coins kriegt. Und da ist es weg. Schade. Aber ich krieg gleich 9. Aber so macht das Level auch gleich ganz viel mehr Spaß. Und da ist mein Cooper-Panzer schon wieder weg. Egal, ich möchte 9 haben. Schmeißen wir doch den Cooper-Panzer durch die Gegend. Und ich werde eingequetscht. Okay, das hat nicht funktioniert. Schade. Dann machen wir Variante 2. Mit der Blume. Bloß kann ich nicht Dauerfeuer machen. Also mit der Feder war das lustiger. Unnötiger Sprung. Geh weg. Geht doch alle weg. Geht doch alle nach Hause. Blöden Cooper's. Was kriegt ihr eigentlich für einen Arbeitszuhl, wenn ich mal so fragen darf? Ich glaube, ihr kriegt bestimmt nicht so viel. Das ist doch eine scheiß Arbeit, die ihr hier erledigt findet. Euren Bowser. So, jetzt werde ich hier drauf springen und mir hier das Leben holen. Oder auch nicht. Ich lasse es einfach mal wieder den Gännen in den Boden fallen. Und werde weiter mal fröhlich meine Feuerbälle schießen. Und hoffen, dass das Level endlich mal vorbei ist. Weil dieser Hintergrund macht mich echt kirre. Stirbwand. Stirb. Stirb. Ich frage mich immer noch, wie man die Leben da kriegen soll. Hm. Nein, ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Nein. Weil drüber wegfliegen funktioniert nicht. Auch nicht mit der Plattform. Ich glaube, da haben sie sich irgendwie selber ins Bein geschnitten. Egal. Hier ist die lustige Burg. Yay. Ich lebe einfach mal rein. Einfach so. Dupdi-dup. Was erwartet mich hier? Oh nein. Da sind schon wieder diese Stampfer. Oh nein. Oh nein. Und Kreißsägen. Geht weg. Geht weg. Geht einfach weg. Ich kann da nicht weg. Ich kann da nicht. Ich weiß. Das ist ja normal. So. Nochmal. Bitte. Stampfen. Dankeschön. Und nochmal bitte. Stampfen. Stampfe. Los. Stampfe. Wie du noch nie in deinem Leben voll gestampft hast. Das ist voll knapp hier übrigens. Deswegen bin ich jetzt gerade überlegen, ob ich hier durchlaufe. Ja. Das passt nicht. Das hätte jetzt gepasst. Na. Nochmal. 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 Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Ja. Ja. Ich glaub dir mir nicht. Weil ich mit ihm bin. Weil mit ihm können das nicht. So. So. Jetzt aber. Geh weg. Das ist alles ganz schön knapp bemessen. Das muss man ja mal lassen, ne? Scrolling, Neville. Ich hasse euch. Das macht... keinen Spaß find ich. Jetzt geh ich durch die Tür und wo lande ich? Oh, noch. Wer geht? Au. Kreissägen. Entschuldigung. Sie wollen mich alle töten. Ist nichts Neues. Ist wirklich... Warum hab ich mich wieder getupst? Das hat nicht gereicht. Hm. Das ging viel einfacher, als es eigentlich war. So. So. Genau. Da ist eine Feder drin. Wupp. Gib mir Feder. Gib mir Feder. Was ist hier? Ach, da ist die Boss-Tür. Was ist da rechts? Ganz ehrlich, was ist da? Ich glaube, ich hab noch nie mein ganzes Leben danach geschaut, was da ist. Hm. Interessant. Jetzt bin ich neugierig. Ich denke, vielleicht wissen, was da ist. Das ist ja knapp. Das auch. Und das ebenfalls. Oh. So. Ganz konzentriert. Fahren sie sich hier am Weg. Furchtlos. Vor den Kreissägen. Die sie zerfleischen würden. Wenn sie sich an Daumen bückt. Wo sie laufen möchte. Und das. Ist noch lang nicht alles. Jetzt geht sie nämlich weiter. Kattenseger. So. Amtidam. So. Ich kann überlegen, ob ich das gleich wirklich nochmal mache. Oder ob ich nicht einfach zum Boss gehe. Aber ich würde gerne wissen, was da ist. Da. Oh nein. Jetzt hätte mich fast die Kreissäge erwischt. Das kommt mir her. Ich probiere das jetzt noch einmal. Wenn das dann nicht klappt, dann lassen wir es. Okay. Das kannte ich auch noch nicht. Das Leben ist jetzt einfach mal verschwunden. Interessant. Doch, ganz ehrlich. Das ist interessant. Das in 1, 2, 3, 4, 9 leben. Für einen riskanten Flug. Interessant. Dafür stirbt er jetzt. Ich versuche es zumindest. Äh. So. Ups. Ey, du hast fast meine Nase angekokelt. Nein, nein, nein. Ich habe hier voll die Gefahren hinter mich gebracht, um hierher zu kommen. Und jetzt bist du da und bist mir meine Nase zu verkucken. Das geht gar nicht. Das habe ich voll nicht im Plan. War echt interessant. Ein Geheimnis, was ich selber noch nicht kannte. Irgendwas musste da ja sein. Sonst hätten sie es nicht gemacht. So ein gefährlicher Weg. Das ist Star Road. Der interessiert mich nicht. Ich möchte aus diesem Verdammt weit raus. So. Und da noch drüber und dann einmal hier unten hin. Und dann suchen wir jetzt den Geheimgang. Wo ich manchmal ein bisschen Probleme habe, den zu finden. Weil ich immer nicht weiß, in welche Röhre ich rein muss. Irgendwo zum Schluss. Irgendwo ganz hinten. Ich merke gerade, wie meine Stimme nachlässt. What do you ever? Explodiere bitte. Bitte explodiere. Dankeschön. Ich nehme mich gerne das Item hier. Was auch immer da drin ist. Nimm mich an Yoshi! Yeah! Ja, ich gucke wieder hin. Aber ich lasse es. Ich halte meinen Mund. Ja, Stimme. Hallo? Komm ich nie hoch. Aber jetzt. Auch ich. So, jetzt. Das ist ein blöden Gumba-Äpfel. Snow. Pups. Pups. Die fress ich einfach auf. Und jetzt. Check ich die Röhren. Hier ist nichts. Das weiß ich. Jetzt. Nerviges Viehzeug. Und da habe ich gerade den Sprung wieder mal verkackt. Jetzt komme ich da schon wieder nicht hoch. Äh. Äh. Ach so. Für Gott sei Dank. Da kommt jetzt ein Banzai-Bild angeratzt. Das wäre jetzt voll gewesen. Guck, hier ist er ja. So. Stehen wir uns da hin. Nimm den Schlüssel. Wow. Und dann können wir endlich aus diesem Wald raus. Dankeschön. Und werden uns jetzt zu Roy's Castle begeben. Ja, Yoshis müssen draußen bleiben. Immer. Mal schauen, was uns hier so schönes erwartet. Oh. Blöcke, die sich von alleine bewegen. Wow. Das ist ja auch überhaupt nicht nervig. Und auch überhaupt nicht anstrengend. Näh. Näh. Buh. Ja, da. Ja. Ja. Au. 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 Hat er mich doch noch erwischt. So ein Scheiß. Es läuft doch mal ein bisschen schneller. Dankeschön. Mario. Mario, tu doch was. Irgendwas. Ja, irgendwas. Damit das hier schneller vonstatten geht. Kommt da ein Schlag runtergefallen. Nein. Oh Gott, da ist mir nicht was runtergefallen. Oh nein. Aha. Panik. Oh mein Gott. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ach so, dann kommt das Leben runter. Was sind denn hier denn für Fappen? Kommt da einfach ein Ding hochgekommen. Einfach so. So. Da bin ich. Da, 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 da. Hallo, Roy. Der Blau ist aber eigentlich rosa. Oder pink. Oder was auch immer. Aber der hat voll die geile Sonnenbrille auf. Und die Wände. Die Wände kommen immer näher. Wow. Ist voll auf mich drauf gejumpft. Ja, weil ich nicht gerannt bin, ne? Ich muss doch rennen. Zack. Die Wände kommen immer näher. Ah, ich hab solche Angst. Ich hab mehr Angst vor den Wänden als für Roy. Ganz ehrlich. Eigentlich müsste der zuerst krepieren, weil der fetter ist als ich. Aber natürlich, ähm, Nintendo-Logik. Natürlich stirbt nicht der Gegner, sondern man selbst. Thank you. Hab ich fast vergessen. Ja. Maui hat seinen Weg durch den Wald der Illusionen geschafft und hat Roy ein Ende gesetzt. Oh, dangerous, but tasty. Ach so. Jetzt geht's zum gefährlichen, aber sehr leckeren Schokolade Island. Was auch ein bisschen tricky ist. Na gut. Also werden wir uns im nächsten Part mal eben durch die Schokolade fressen. Also bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.